Hallo und willkommen zurück, ja, wir sind immer noch im ersten Portrait, in der meiner Meinung nach englisch angehauchten Stadt. Und okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, hier haben wir schon Andras, heißt der Trotter. Hat ein Flammschwert, bitte? Ja, okay. Ah, alles geschwumpt. Mit meinem Leben, ich bin mir ganz so gut aus, da können wir aber abhelfen schaffen. Oh, wieder ein bisschen weh. Äh, was wollte ich noch? Ja, genau, jetzt wollte ich hier mal noch zeigen, äh, wie ich da frage, Status. Okay, dann zeigen wir es halt bei Österreich. Wir haben hier den Andriff, einen Andriffswert, einen Defensivwert, ein STK-Wert, STK, Stärke vielleicht, Konstitution, also davon gehe ich aus, dass das Leben sind, Intelligenz, Magie-Schaden oder Spezialwaffen-Schaden, Glück. Äh, GST ist, glaube ich, Magie-Abwehr. Und Glück ist, äh, wie gut, dass wir mit seltenen Items beschenkt werden, wie viel wir malen. Und dann noch das andere, was ich zeigen wollte, ist noch das zu reden, was man hier natürlich auch kann. Wenn man schon mit zwei Leuten unterwegs ist, sollte man auch mit ihnen reden können. Ich komme gut rein, zurecht, das ist mir auch lieber so. Tu, tu, wir haben für uns bestes. Ja. Ich glaube, da kommen dann später auch noch andere Dialen. Vielleicht schauen wir ab und zu mal wieder rein. Und schauen, was sonst. Okay, für was haben wir den Rock bekommen, wenn wir den Leder-Mieder haben? Aha, die Intelligenz geht runter, dafür wird die Defensive gestärkt. Ja, dann bleibe ich mal neben meinem Rock, weil ich bei Charlotte doch sehr oft, wenn ich sie ansetze, auch Magie benutze. So, egal, ist einer mehr besiegt. Oh, Tashiro und Tachiro. Und eine Kralle, die irgendwie fehl am Platz wird. Ja, äh, wenn der Partner, also, wenn der Partner, glaube ich, erwischt wird, dann raubt das uns Magie und wenn die Magie leer ist, dann verschwindet der Partner. Ja, hier sehen wir, der Gegner leuchtet blau mit dem Schlag, das heißt, für unsere Magie ist nicht, äh, oder unser Angriff ist nicht effektiv gegen ihn. Das heißt, dieser hier war jetzt Schwertiebe eigentlich, äh, ja, Schwertiebe sind nicht die, als die Gegner, aber momentan sind sie nicht das Einzige, was wir haben, weil der Vampirplayer, wie wir gesehen haben, noch nicht wirklich eine Alternative darstellt. Vielleicht sehe ich schon eine neue Waffe, hoffentlich können wir die auch gleich erreichen. Von den Axt drin lassen wir mal, äh, wie gesagt, mit Glück bekommt man ja teilweise Gegenstände und auch Magie von Gegner. Ich glaube, von den Axt drin kann man, äh, die Sekunde aber auch für Axt bekommen jetzt. Noch ein Stock mehr für die Waffe, ja, und wir haben das Claymore. Das hat viele andere, aber schlägt, glaube ich, auf eine andere Weise. Ja, genau. Sollten wir recht sein, dann können wir auch Gegner über uns treffen, um nicht zu spüren. Und haben natürlich auch eine größere Reichweite und eine größere Schaden. Dann haben wir hier Sandalen gefunden. Ja, wir sehen schon, wir werden immer wieder mal starten, wenn wir aufrufen müssen. Kleine Wichte. Und... Tonicum erhalten. Das ist doch mal ehrlich. Jawohl. Ich hasse die Mikaelersehle. Ich weiß nicht, dass wir sie nicht gelungen haben. Das ist doch mal. Wie wir heißen. Zombies haben schlafen. Wir haben etwas zu halten, aber das Geld hat uns gleich wieder weggenommen. Schönen schnell. Das ist doch. Gammelung. Ja, schlechter ist das in so Reteranisch. Mann, Mann. Und... Essen von Zombies. Ich gehe mal aus, dass das nicht wirklich so 5 Sterne gemächt ist. Oh, Mann. Ich habe hier wieder eine Qualität. Und Level Up. Schade, dass beim Level Up noch nicht die Beben wieder aufbefrischt werden. Und hier haben wir mit mir ein Leder-Peitschen. Und da können wir mal nachsehen, wieso sie sich hält. Das ist weniger alt. Aber... Aber... Ja... Ja... Wir sind so wie wie der Peitsch. Das ist wie der... Papierkiller. Aber... Ich bleib da lieber bei. Claymore. Ich bin so wie der Trank, den sollten wir vielleicht auch mal wieder einen benutzen. Speicherraum sein, bei dem wir wieder alle Leben erhalten. Aber... Lieber... Lieber, dass so etwas passiert ist, dass ich dann doch einen Game Over kriege. Die Speicherraum, auch diese eigentlich eine recht bekannte Gegner aus der Kerstin-Wena-Reihe. Geld. Speicherraum. Mit... Bahn. Okay, wir... Nehmen dann mal das Angebot zum Speichern an. Ja. Schauen wir mal, was die Dresinen da anzunehmen ist. Ach, warum... Muss ich das so machen? Das war's. Ja, wahrscheinlich so. Dank. Das ist jetzt gerade ein bisschen viel für mich. Ja, mal gucken. Das war jetzt gerade ein bisschen viel. Ey, okay. Jetzt pack doch einfach maler Spaß an. Okay. Oh, wir haben wieder eine neue Technik. Okay. Okay. Und jetzt packen, ich komme jetzt ein bisschen viel besser, um die Messer zu werfen. Okay. Achse... Jetzt sind zwei Stände, die weniger berogen da, weil die Achse sowieso abgeblockt wird. Okay, hier wieder ein Speer, die irgendwie für dieses Pixel-animierte Spiel mit ihrem 3D-Look recht komisch wirkt. Ja, aber da wieder ein Speicherpunkt. Bis vorhin noch gar keinen gefunden und jetzt findet man sie dutzend billiger. Okay, ich sage ja, ich sage nicht, dass ich sie nicht haben will. Das bringt... Nein. Okay, die Kralle tot. Was er auch immer hier zu verloren hat. Ganz gut. Gelb ist doch, wenn wir bekommen. Oh, wir haben wieder was bescheuert. Gute Lande. Okay, das sind Defizit plus 3 und Integanz mit minus 1. Okay, das nehmen wir dann doch. Das bringt zu viele Vorteile, als dass ich es mir nehmen lassen möchte. Okay, genauer. Jetzt. Ich bin nervt. So können wir einen Kavalier real auserstrecken. Ah, okay. Ist das hier eine Mumie? Auf jeden Fall sieht sie ein bisschen nach dem Torzahl aus. Weiter ohne die Gäste kriegen wir nicht mehr. Jetzt haben wir es gerade sperrgerungen und den Zarchino. Ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen soll. Nichts. Oh. Der zweite Teleportstein. Damit können wir uns wieder eine Neufaktion begeben. Und wir haben einen Speicherpunkt. Das. Gut, ja. Ich würde sagen, wenn bei Kästen weniger so ein Speicherpunkt und Teleportpunkt aufeinander folgen, wird danach etwas passieren. Und da ich jetzt aber nicht mehr genug Zeit habe, um mich auch etwas mit einem vielleicht größeren Event auseinanderzusetzen, werde ich jetzt hier die Aufnahme wenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heisst Let's Play Kästenregen im Porto of Ruin. Wir erlebe ja dann zwei. Bis zum nächsten Mal.